Heute sollte eigentlich der dritte Teil von Zuschauerfragen beantworten, doch so habe ich mich entschlossen diesen Upload um ein paar Tage zu verschieben. Heute Freunde soll es nämlich um die neuen Raids, Events und Pokémon gehen. Mit dem Illuminierende Legenden X Event bekommen wir neue Drachen und Feen Pokémon ins Spiel. Auch kannst du mit diesem Event massig Erfahrungspunkte sammeln, doch dazu kommen wir gleich. Wir sollten nämlich erst einmal mit der Startzeit des Events anfangen und zwar das Event beginnt am 4. Mai 2021 um 10 Uhr Ortszeit und endet am Montag den 7. Mai 2021 um 20 Uhr Ortszeit. Wie bereits eben erwähnt finden wir bei diesem Event einige Feen und Drachen Pokémon. Auch bekommen wir ein neues Item und das ist das Regen-Log-Modul. Wie der Name es bereits sagt, zieht dieses Log-Modul Pokémon an, die den Regen mögen. Solltet ihr euch in der Nähe eines Regen-Moduls befinden, so könnt ihr Viskagott zu Viskogon entwickeln. Viskagott ist die Weiterentwicklung von Viskora. Viskora, Viskagott und Viskogon sind Pokémon vom Typ Drache. Viskogon hat relativ gute KP und Verteidigungswerte und es lohnt sich auf jeden Fall, eins von ihnen hochzuziehen, da du es als Arena-Verteidiger benutzen kannst. Doch kommen wir erst einmal zu den anderen Pokémon und später werde ich euch dazu sagen, welche Pokémon ihr auf jeden Fall fangen und leveln solltet. Neben Viskora finden wir Parfi und Flauschling auch zum ersten Mal im Pokémon GO. Beides sind Pokémon vom Typ Fee, doch im Vergleich zu Gardevoir lohnt es sich nicht, diese Pokémon hochzuziehen. Doch kommen wir erst einmal dazu, welche Pokémon wir in der Wildnis finden können. In der Wildnis finden wir Parfi, Flauschling, Dratini, Drassler, Kindwurm, Waumboll und Viskora. Selbstverständlich gibt es wieder spezielle Eier, in diesem Fall sind es 7km Eier, doch ich empfehle euch nicht, diese aktiv auszubrüten, da es wie Lottospielen ist. Die Eier locken euch nämlich mit Pi, Fluffeluff, Azuril, Kaumalad, Parfi und Flauschling. Wobei ihr euch schon dann eher denken könnt, dass Kaumalad in die seltene Kategorie der 7km Eier kommt. Solltet ihr während dieses Events ein Drago Nier zu Drago ran entwickeln, so lernt es die Ladeattacke Draco Meteor. Wutanfall ist allerdings besser als Raidangreifer. Und solltet ihr während dieses Events ein Draschel zu Brutalander weiterentwickeln, so lernt es die Ladeattacke Wutanfall. Diese Attacke macht es zu einem sehr guten Drachenangreifer. Ein kleiner Edit am Rande, ihr könnt während dieses Events tatsächlich eine Lade-TM benutzen, um die Ladeattacke zu bekommen. Doch kommen wir erst einmal zu dem Big Boy und das ist der Raid Boss. Nein Spaß, wir fangen mit dem noch besseren natürlich zuerst an, der Raid Boss kommt danach. Sollten wir während dieses Events 500 Millionen Feen Pokémon fangen, so bekommen wir einen speziellen Bonus. Und mit diesem Bonus kannst du richtig flott leveln, denn wir bekommen wieder 3-fache Fang-EP. Wenn du noch EP farmen möchtest, lohnt es sich auf jeden Fall, diese Fang-EP auszunutzen und damit ein paar Level abzubekommen. Doch jetzt kommen wir zu dem neuen legendären Raid Boss. In den 5er Raids finden wir das legendäre Pokémon Xerneas. Xerneas ist ein Pokémon vom Typ Fee und existiert seit der 6. Spiele-Generation, sprich Pokémon X und Y. Es besitzt nur 2 Schwächen und das sind der Gift- und Stahl-Typ. Es empfiehlt sich also hier, ein Pokémon vom Typ Stahl oder Gift zu benutzen. So sind Pokémon wie Metacross, Dialga, Roserade, Stahlobor, Genesect oder Hierarchie am besten gegen es geeignet. Um einen günstigen guten Konter zu bekommen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, ein Roserade mit 2 Gift-Attacken oder ein Stahlobor mit 2 Stahl-Attacken zu benutzen. Beide Pokémon, also Roselia und Rotomorf, findet ihr relativ häufig in der Wildnis. Im Durchschnitt braucht ihr 3-5 Trainer, um dieses Pokémon zu besiegen. Allerdings braucht ihr dazu einen Damage Boost, zum Beispiel Freundeslevel oder den Wetterboost. Doch schauen wir uns einmal sein Moveset an und gucken, ob wir dieses Pokémon hochziehen sollten. Okay, Spaß beiseite. Ich werde es jetzt relativ kurz halten und zwar, es hat ein sehr schlechtes Moveset. Pokémon wie Gardevoir oder Torgekiss sind um einiges besser als Feenangreifer als Xerneas. Sollte Niantic sein Moveset nicht irgendwie updaten bzw. das Pokémon pushen, so lohnt es sich auf keinen Fall, dieses Pokémon irgendwie hochzuziehen. Xerneas seine Statuswerte sind relativ hoch und hätte es ein richtiges Moveset, so könnte man es auch tatsächlich als Feenangreifer benutzen. Wir sollten jetzt auf jeden Fall hoffen, dass das andere neue legendäre Pokémon, was nach Xerneas erscheint, Evil Tal, ein besseres Moveset bekommt und man dieses gebrauchen kann. Evil Tal wird auch ein eigenes Event bekommen, doch dazu werde ich ein anderes Video dann in Zukunft hochladen. Damit sind wir jetzt für heute auch raus. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch bitte eine Bewertung da. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch bitte. Es kostet dich nichts und du kannst auch immer wieder deabonnieren, sollte dir der Content nicht gefallen. Damit verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder Livestream wieder. Bis zum nächsten Mal.